Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig! Wir suchen nämlich für dich. Norbert, in allerletzter Sekunde den Ausgleich geschafft, da kann man drüber glücklich sein, auch zufrieden mit dem Spielverlauf? Zufrieden, klar, mit dem Ergebnis, wenn man kurz vor Schluss dann das 1-1 macht. Ich denke, erste Halbzeit sind wir nicht so gut ins Spiel gekommen, haben das nicht alles umsetzen können, was wir uns vorgestellt haben. Zweite Halbzeit war dann besser, nachdem wir die Taktik umgestellt hatten, bis wir ein Gleichgewicht im Mittelfeld schaffen konnten und dann letztendlich auch zu mehr Möglichkeiten kamen, die wir dann auch mit einer verwandelt hatten. Dieses Jahr bei euch etwas dünne Personaldecke, viele Verletzte, viele Abgänge. Kannst du mehr zu der Situation sagen und wie ihr damit umgeht? Ja gut, die Abgänge, die waren ja geplant, da haben wir uns auch mit jungen Spielern ergänzt. Dass jetzt Urlauber hinzukommen, dass Verletzte hinzukommen, ich denke mal, da muss jeder Verein mit umgehen können. Wir tun das Beste und die Spieler, die eben hier sind, die arbeiten gut im Training mit, sodass wir uns auf jeden Fall in Konkurrenz testen können und auch hier stellen können. Und ich denke mal, das macht die sogenannte Rumpftruppe ganz gut. Und man hat es auch heute gesehen, wir haben nicht aufgegeben, haben zum Schluss auch verdient den Punkt geholt. Ja, wie siehst du es? Schwieriges zweites Jahr für euch in der Landesliga Mittelbaden und wie siehst du die Chancen? Ja, was könnt ihr erreichen? Man sagt, dass das zweite Jahr immer das schwierige ist. Auch dem werden wir uns stellen. Es kommen ja die Urlauber zurück, es kommen die Verletzten zurück. Wenn die Mannschaft weiterhin den Ehrgeiz hat, hier intensiv mitzuarbeiten, das entsprechend umsetzt, was der Trainerstab vorgibt, dann ist die Chance sicherlich da. Aber es wird eine sehr, sehr schwere Runde für uns. Norbert, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.